Moin Moinig ein Schnittchen, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu einer ersten Folge F1 22 mit Peter, Christian und Special Gäst Leder, hallo. Hallo, Jake. Hallo. Ihr habt vergessen anzumoderieren. Ja, wir fahren ja jetzt Miami, wir fahren drei Runden 25%, äh ne, drei Rennen 25%, die dann innerhalb von drei Folgen released werden die nächsten Wochen. Äh, kurz konzentrieren. Ja. So, äh, was habe ich noch vergessen? 25% Rennen fahren wir und wir haben, ähm, realistische Wagen drin. Ich fahre Alpine, äh, Christian, Ferrari, Peter, Red Bull, Lena, Mercedes. Jeder kann seine Hilfen einstellen, wie er möchte. Lena fährt zum Beispiel super wenig, was richtig respektabel ist. So lange ich mich nicht wegdrehe. Wir fahren auf 80er KI. Hab ich noch was vergessen? Für Christian und mich ist das mehr so ein First Look gerade rein, weil wir das Spiel noch nicht gut kennen. Lena und Jay haben da schon einige Stunden in Streams reingesteckt. Ja, wir fahren Ferrari, also. Deswegen, ja, genau. Äh, für uns ist das mehr so, okay, geil, neues Formel 1, bisher noch nicht viel Zeit rein investiert, aber mal gucken, wie es so ist. Und wie es sich so anfühlt, deswegen habe ich zum Beispiel die Traktionskontrolle noch komplett an. Ja, die habe ich jetzt auch mal angemacht, weil alleine Miami, die erste Linkspurve, zerlegt dich einfach. Alter, das war gar nicht so einfach, da gleichzeitig zu reden. Alter, die Konzentration war komplett weg, ey. Krass. Alter, Alonso, Sechster, jawohl. Sag halt, wie es krass. Zweitbeste, drittbeste, drittbeste, Moment, hä, was? Drittbeste, vierbeste KI. Ah, tut mir leid, Peter hat ein viel zu starkes Auto, würde ich sagen. Das stimmt, eindeutig. Wo ist Christian, das? Da, Top 10. Ja, wir sind alle in den Top 10 gelandet, also kann nur gut werden. Das ist okay. Also, da ihr ja First Look habt, passt auf die KI auf, die ist, ich sag mal, ich nenne sie passiv-aggressiv. Also passiv, also Moment, sie sind auch gut. Also ich nenne sie aggressiv. Also aktiv-aggressiv. Mit Messer zwischen den Zähnen habe ich schon eine Stroll-Dive-Bomb abbekommen. Also passiv-aggressiv ist das aber nicht. Nee, das war sehr aggressiv, als plötzlich Stroll neben mir in meine Seite reingefahren ist in Emola. Das war sehr unangenehm. Ja, und dann hörst du über den Stroll-Funk, äh, seit du ihn gehauen hast. Naja. Rennstrategie, sowas habe ich ja gar nicht. Und hier, wenn ich meinen Sprit auf Null stelle, dann bin ich viel schneller. Passt auf den Sprit auf, er kann natürlich problematisch werden. Oh, ja, dann stelle ich wieder hoch. Passt schon, hoffe ich. Ich weiß gar nicht mehr, hier gibt es DRS natürlich, aber du hast auch diesen Overtake-Button. Muss ich noch was einstellen? DRS und DRS. Okay, einfach der Overtake-Button, okay. Weil es ist eigentlich auch so, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt eingestellt ist. Es gibt jetzt immersive Einführungsrunden und immersive Boxen-Stops. Was heißt denn das? Du musst gleich perfekt in deine Startbox reinfahren. Ach, und scheiße. Das ist quasi, äh, wie in den Trainings hast du dann quasi rot, das ist schlecht. Grün, das ist okay. Und lila, das ist perfekt. Dasselbe gibt es auch beim Boxenstopp. Beim Boxenstopp habe ich das bislang in meiner Team-Karriere nicht einmal richtig hingekriegt. Hä, echt? Ja, ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Ich habe dann erst beim vierten Rennen gemerkt, dass man nur eine bestimmte Taste drücken muss. Ich habe immer gelenkt. Ach so. Man muss dann irgendwie eine Taste drücken und bei... Warum machen die so einen Scheiß? Warum macht man Mini-Games? Das ist eigentlich ganz geil. Das ist witzig. Das ist witzig. Gerade das mit der Boxen, mit der Startbox gleich finden, das ist schon lustig. Ich weiß nur nicht, ob ich es eingestellt ist. Ja, auch lustig ist, dass ich mir mal angucke. Der Report-Code ist VSDC-GEHP. Okay, wir haben den ersten verloren bei Christian Stütze, das Spiel sehr häufig ab. Ich finde, wir starten nochmal neu, damit wir nochmal eine andere Quali-Reihenfolge haben. Fuck you. Finde ich auch gut. OP, das startet auf Rot. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts umgestellt. Das ist die Standardeinstellung auf Rot zu starten. Bei mir war die Standardeinstellung gelb. Also, es war die Alternative, gelb und... Nö, bei mir von vornherein gelb. Okay. Ja, Red Bulls, start mal lieber auf Rot, auf deiner Pole-Position. Ja, ist ja auch smart. Ich versuche jetzt einmal, P-Walz reinzuhalten. Ach so, jetzt ist es hier schon, scheiße. Ja, du siehst genau, wo du hinfahren musst, Peter. Lass uns mal ein bisschen warten noch dann, ne? Damit ihr eure Reifen wieder abkühlt. Hallo, wir sind viel zu schnell. Lacht ihr VSDC-Watt? Mir? Irgendwem? VSDC? Und, Peter, welche Farbe hast du? Lila! Nice, sehr gut. Ich hatte mein erstes Mal Rot. VSDC-Fehler ist übrigens ein Windows-11-Fehler. Nice. Ich habe Lila gehabt. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, sehr gut, Peter. Ich war ungefähr bei der Startbox eins zurück. Ich habe einfach komplett früh gebremst beim ersten Mal. Ich war komplett lost. Okay, jetzt wird alles wieder kalt. Ihr macht hier die Tactics wie in so einer echten Formel 1. Ja, wir sind zu schnell gefahren. Ich war auch so nervös. Aber ich kann gut Starts in Formel 1. Da bin ich mittlerweile gut drin. Ding, ding. Das ist die Katastrophe bei mir. Ohne Ticker, ich gehe gar nicht. Ich habe vergessen, wie Starts geht gerade kurz. Gas geben, Peter. Okay, ich komme gar nicht vom Fleck. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh, ich habe gedivebompt. Ja, da ist natürlich meine volle Attraktionskontrolle ein wahnsinniger Vorteil bei so einem Start. Ja, mach mal ohne, Peter. Ja, nee, dann wäre ich... Das Problem ist, wenn ich auf ohne spiele, sterbe ich halt direkt in der ersten Runde. Ja, ich weiß. Ist ja okay. Jeder soll fahren, wie er da Bock drauf hat. Das finde ich halt das Geile. Muss ich irgendwie dranbleiben. Alter, du bist ja sauschnell. Hä, was... Haben wir früher eigentlich auch mit Traktionskontrolle gespielt? Ich vor zwei Jahren nicht. Also, ich meine da, als ich noch so viel gewonnen habe. Da hast du auch mitgespielt. Okay, Dive... Okay, alles klar. Jetzt weiß ich, was du mit aggressiv meinst. Christian fährt wieder. Latifi hat aber richtig Bock gehabt, diesen Platz da wieder zu kriegen. Oh, tschüss, Latifi. Oh, oh. Oh, oh. Gelb? Ach, ist irgendwo Stau. Ja, ich habe auch Tschüss, Latifi gehört. Ja. Was kämpft denn mit Zunoda? Warum ist der so schnell? Auf den Geraden. Peter, mach mal Fehler da vorne. Ja, ich glaube nicht, dass ich besonders perfekt fahre. Aha. Ich fahre die Strecke, abgesehen von unserer Failed-Anmod quasi zum ersten Mal. Ja, fährst du da ziemlich gut. Ja, ich habe volle, ähm... Wie heißt die Linie? Ich habe nicht nur Linie in den Kurven, sondern komplett. Also, gerade spiele ich Guitar Hero quasi. Einfach im richtigen Moment die richtigen Knöpfe drücken. Hier rausbeschleunigen ist ja, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja. Alter, ey. Hoffentlich lassen gleich deine roten Reifen nach. Ich mache das, was mir die Box sagt. Ja, fahr mal jetzt in die Box. Ja, nee, das sagt die nicht. Wie hat sich denn zu den vorherigen Teilen das verändert vom Feeling her? Sind die klüger geworden? Hör mal. Was? Die Boxenstrategien, so allgemein. Jeff. Jeff, gib es nicht mehr. Den haben sie gefeuert. Das ist Mark. Das ist jetzt Mark Priestley. Das ist jetzt jemand Neues. Gute Frage. Ich glaube, ich habe da jetzt keinen Unterschied gemerkt. Also, die Besten waren es ja letztens mal auch noch nicht, fand ich. Also, teilweise haben die ja schon Bullshit erzählt. Doch, hatte ich auch schon wieder. Da war ich schon drin im Safety-Kar und musste gar nicht mehr in die Box und der wollte trotzdem, dass ich noch zweimal stoppe. Safety-Kar ist nicht gefixt, oder was? Nee, das Problem war aber nur, dass die da irgendwie nicht erkannt haben, dass meine Strategie schon durch ist. Wie Boxenstorff am Arsch. Wie ist denn so Safety-Kar allgemein? Funktioniert? Bin ich noch nicht einmal gefahren. Achso, okay. Habe ich noch nicht gehabt. Das ist ja immer das große Meme bei uns. Hat bis jetzt bei mir funktioniert. Auch im Multiplayer oder nur Singleplayer? Oh, das weiß ich nicht. Ja, Multiplayer war immer das große Problem. Ich kriege dich nicht, ey. Oh, Jemi ist so rutschig. Vielleicht ist du fast. Ich finde, das Spiel ist sehr realistisch. Also so nach dem Start. Carlos ist irgendwie 14er. Hallo? Du meinst, Race-Winner Carlos Seins? Ja, der hat jetzt mal ein Rennen gewonnen. Also gönne ich dem auch und so. Aber Mr. Consistency ist das nicht. Den fahre ich eigentlich gerade, theoretisch. In dem Teil kommt Jay immer ran. Das Ding kann ich nicht gut. Alter, Albon und Ricardo, die wohnst du sicher gar nicht. Wo bist du, Chris? 13. Okay, vielleicht betteln wir uns nachher noch. Gucken wir mal. Wie kann ich nicht schneller sein als Albon? Auf der Strecke mit TRS. Fast gedreht. Oh Gott. 1A Überholmanöver von Christian. Zwei Leute. In einer Kurve. Haben wir Schaden an? Ja. Ah, guck mal. Da fahre ich halt wie Perez. So ist okay. Okay. Okay, die Stelle hier kann ich noch nicht gut. Keine Ahnung, welchen Gang man da haben sollte. Das steht doch da, Peter, oder nicht? Ja, aber das finde ich weird. Ich finde, man merkt richtig, wie die Traktionskontrolle einen den Arsch gerettet hat gerade. Also ganz kurz mein Leben wäre vorbei, weil ich es auf dem Körb aufgesetzt bin und raus beschleunigen. Boah, da habe ich mich gerade fast weggedreht. Dreck. Das wollen wir ja nicht. Ich weiß nicht, wie ich nach hinten gucken kann. Scheiße. Share. Das ist die kleine Taste unten am Lenkrad, Peter. Ja. Aber nicht die falsche drücken, weil da machst du ein Menü an. Ja. Das sollte sich vielleicht verändern. Das ist ja nicht so optimal. Er muss erst auf das Lenkrad gucken, um dann die Taste zu finden. Das ist äh... Teamkollegen beträgt 6,9 Sekunden. Das war jetzt auch nicht das schwerste Manöver von mir, aber egal. Oh, da komme ich raus. Ja, und da war ich wieder zu hoher Gang. Ah, die Strecke ist ja ganz cool eigentlich, finde ich. Ja, da könnte ich auch ganz los. Nee, mag die nicht. Ich finde die nice. Mit Traktionskontrolle ist die wahrscheinlich ganz nice. Ich habe was unlockt für Formel 1 Live. Was ist Formel 1 Live? Drück X. Für NOS. Es gibt so einen Modus, da kannst du dir so dein Haus einrichten und so und Klamotten kaufen und so was. Da stehen dann deine Pokale da noch drin und dann kannst du die Autos sammeln. Ach, für Ingame-Shit und so, oder was? Ja. Sachen, die man nicht braucht. Ja, das klingt halt wirklich so, als wäre das Kram, den man nicht braucht. Wir sind gerade quasi, wenn wir in der Lobby sind, sind wir bei Jay im Haus. Also Jays Haus, da stehen wir da bei ihm. Oh, da sehen wir, wenn du einen Guy reingecashed hast, oder was? Da sehen wir Jays Pool und seine Supercars. Und noch nichts geholt. Was für ein Quatsch. Kann man denn, Ingame, sich die Sachen dann gegen Echtgeld kaufen? Fahre auf, Sommir. Hallo? Ich habe keine Ahnung. Du weißt nicht, ob man Ingame-Sachen gegen Echtgeld kaufen kann? Das habe ich mir noch nie angeguckt. Das interessiert mich nicht. Ja, okay. Du kannst ja diese Münzen da, glaube ich, kaufen, diese Währung. Und dadurch kannst du dir halt dann auch wieder die anderen Sachen kaufen. Aber die kriegst du ja auch, wenn du zum Beispiel spielst, oder wenn du halt diesen VIP-Pass da in dir hast, oder so. Aber muss man halt nicht machen, also ist irgendwie kein Pay-to-Win, oder so. Weißt du, wie viel dieser VIP-Pass kostet? Also wenn man die Champions Edition hat, kann man sich den einfach so holen. Da muss man gar nicht reincashen, für jeden Fall. Also ich habe noch nie irgendwie Geld ausgegeben. Oh, das war nicht die Ideallinie, Peter. Achso, wenn die aus der Box rauskommen, Achtung, eure Reifen sind kalt. Es ist nicht so easy dann damit zu fahren. Attraktionskontrolle regelt auch nicht. Ja, guck mal, Attraktionskontrolle, easy snack. Aber der Tipp ist tatsächlich gut. Ja, machen die denn noch so einen Spaß wie, du musst volle Kanne bremsen, wenn du rauskommst? Ähm, hier nicht, auf anderen Strecken zum Teil, äh, hatt' ich mal ein paar Problemen. Äh, hatt' ich mal ein paar Problemen. Äh, hatt' ich mal ein paar Problemen. Ich will nur EZ-Peder in die Box. Jetzt kommt dein Peder. Ich muss verdrücken. Jetzt habe ich einen anderen Report-Code. Ne, das habe ich falsch gemacht. Rot. Hat die Auge immer. Dadurch ist mein Stop jetzt langsam. Ja. Ich weiß, habe ich immer. Ah. Ja, aber wenn du den Fehler, den Report-Code eingibst, wirst du das... Oh, Goyanu steht ja mal mitten auf der Strecke. Also, joke on you. Nicht wundern, dass ich den Goyanu nenne. Hat Jeff im letzten Teil immer gesagt. Ist er richtig rum, ist die Frage. Ja, diesmal schon. Okay, sehr gut. Aber er stand halt mitten auf der Strecke einfach. Ich bin mir echt gleich gespannt, wie weit wir auseinander sind, Peter. Ich denke mal, also... Es würde mich sehr wundern, wenn du dieses Rennen nicht gewinnst, ehrlicherweise. Ich hoffe, der Computer hat jetzt einfach meinen Plan umgesetzt, den perfekten Boxenstopp zu machen und jetzt. Ich war nicht einfach wieder. Oh, Fehler. Scheiße. Oh, der TV hält mich jetzt voll auf, aber ich komme mir gerade nicht vorbei. Hast du dich gedreht? Bei einer Box. Ach so. Okay. Leute, der fällt jetzt in die Box? Oh, nee. Drück im richtigen Moment X. Was finde ich? Okay. Oh. Das musste ich machen. Null. Jetzt. Zu spät. Wow. Ja, war bei mir auch zu spät. Absolut. Ja, Ferrari-Boxenstopp, ne? Aber Red Bull war bei mir auch langsam. Das ist unrealistisch. Alter, Latifi. Latifi, raus aus der Formel 1 hier. Ich glaube, ich habe ihn überholt. Aber das hat er, glaube ich, DRS. Ich kann immer aus dem Augenwinkel sehen, wie der Abstand zu Peter ist und der Schmilz gefällt mir nicht. Wirklich? Ja. Ja, okay, deine... Nee, warte mal, du hast gelbe Reifen. Wie lange halten die denn durch? Ja, die sind auf jeden Fall schlechter als deine jetzt. Das ist ja logisch. Ja, der gibt Sinn. Woran erkennst du denn den Abstand zu mir? Ich sehe dich da. Ich werde im Fünfter angezeigt bei mir. Ah, weil ich sehe dich nicht mit meiner Leiste. Okay. Aber ich denke, es hängt viel davon ab, ob ich gleich rot mache oder nicht. Ja. Über drei Sekunden hat mein Boxenstopp gedauert deswegen. Also ein Vettel kriege ich nicht mit DRS und dem Ferrari-Motor eingeholt. Das finde ich irgendwie strange. Das ist was. Aber Vettel ist natürlich auch four-time World Champion, ne? Na ja, ganz klar. Ich glaube, ich bin aber auch scheiße aus der Kurve rausgekommen. Das könnte Grund sein. Ach, ist schon wieder weg. Ach komm, ey. Da ist irgendwas grundsätzlich falsch, glaube ich. Sollen sie mal alles auf Fehler überprüfen? Dateien? Ja, ich würde mal joinen und einfach die Form im Menü vielleicht machen. Okay, was muss ich jetzt drücken? Taste drei. Okay, gut. Gut. Das ist schlecht. Oh, und ich mache auch noch einen Fehler. Uff. Das ist auch schlecht. Magnus und Zunoda betteln sich hier gerade vor mir. Das ist gut. Oder Kompeda. Das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Da vorne ist er. Jetzt habe ich erst mal kalte Reifen. Oh. Jetzt dreh dich mal schön weg. Also, ich sage mal so, mit Rot wärst du vorbei. Oh. 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 Hier beschleunigst du früher raus. Okay, jetzt kann ich mich mal ein bisschen angucken, wie man... Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ich mich auch. Was steht der denn da einfach rum? Jetzt habe ich auch mal DAS. Ah, das ist ja angenehm. Alter, habe ich mich erschrocken. Der steht wo rum? Auch Guan Yu einfach auf der... Ja, den habe ich schon wieder. Ja, den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, tatsächlich. Vorher, als du dort gesagt hast, habe ich den nie gesehen. Nee, der steht auch am letzten Mal woanders. Gehör einfach Lena ein bisschen zu. Okay, wie machst du den hier? Ich hoffe, du jinxst mich jetzt quasi nicht mehr. Du kommst immer viel besser raus als ich. Ah, du bist viel früher auf dem Gas. Okay, krass. Ist hier DAS-Zone? Ja, leider ja. Ich komme nicht ganz genau da ran. Er ist halt im DAS von Hamilton. Oh, wir sind wieder 1 und 2 jetzt durch Boxenstops wahrscheinlich. Jo. Ich muss aber weg aus dem DAS-Fenster gerade. Das finde ich nicht gut. Ich will gerne in dem DAS-Fenster bleiben und dich dann in der letzten Runde überholen. Nee, nee. Alter! Der macht mich kirre. Jedes Mal. Still there. Nein, du fährst wirklich weg. Das geht nicht. Na ja, rote Reifen, ne? Die sind jetzt halt auch irgendwann warm. Das hast du ja am Anfang auch gehabt. Oh, jetzt habe ich mich auch erschrocken. Das ist... Drecklich. Ich meine, ich habe diesen Abstand wieder verloren. Ich war gerade im DAS-Fenster von denen. Kacke. Wie sieht euer ERS-Management aus? Scheiße. Ich pushe die ganze Zeit, um gegen Fehler was zu machen. Als ich mit gelbem Reifen unterwegs war, habe ich, glaube ich, in einer Runde mein gesamtes ERS verbraucht, um ins DAS-Fenster zu kommen. Das hat dann funktioniert und dann habe ich einen Fehler gemacht. Das war scheiße. Ich habe gerade die Bremszone komplett verpasst, Alter. Okay, J ist weg. Aber ich bin noch ganz. Das war knapp. Da habe ich irgendwo auf mein Bildschirm geguckt, aber nicht auf die Bremszone. Holy shit. Ist okay. Ich bin verwundert, dass ich noch keinen Schaden am Auto habe, ehrlich gesagt. Aber ich bin deswegen auch super langsam. Ich bin auf Platz 8 nur. Ah, Punkte. Okay, man kann durch den Guan Yu einfach durchfahren. habe ich mittlerweile herausgefunden. Jetzt macht er mir nicht mehr so viel Angst. Oh Gott. Ich bin auch durchgefahren, das ist trotzdem so schreckend. Mann. 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 Fuck, mein kleiner Alpin. Fuck. Eine Strecke aber. Fahr da weg. Oh, oh. Oh, verbremst. Verbremst. Aber das sah aber im Vergleich zu dem, was ich hier gemacht habe, noch ganz okay aus. Okay. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast. Alter. Nee, jetzt kein Quatsch. Ich glaube, ich habe Peter jetzt gebrochen. Ich fühle mich nicht gebrochen. Ich bin auf der zweiten Position, obwohl ich dieses Spiel irgendwie 30 Minuten gespielt habe. Herr Peter, dann lass mal Dave weg vom Steuer. Ja. Aber man muss schon sagen, das war, das war schon echt knapp. Und wenn du jetzt noch DRS gehabt hättest, wäre das unangenehm. Deswegen einfach mal keinen Fehler machen. Wo kann man diese Overtake-Energie eigentlich aufbrauchen? Der gelbe Balken, der da ist. Das ist der Balken, der sich nach jeder Runde erneuert und wieder vollfüllt. Und das ist das Maximum, was du pro Runde benutzen darfst. Oder was ist deine Frage gewesen? Ja, ich sehe nur, also die Prozentanzeige, ist die nicht die relevante? Ja, okay. Das ist die Overall, wie viel du insgesamt an Energie noch hast. Ach so, ich muss auf das gelbe da drüber gucken. Okay. Der gelbe Strich ist der, den du halt insgesamt pro Runde nutzen darfst. Ach so, okay. Höchstens. Danach ist aus. Ja, da bin ich noch nie full on gewesen. Das ist noch nicht passiert. passiert auch in der Regel nicht. Aber der lehrt sich halt auch schon generell, weil du ja immer eine gewisse Menge an ERS nutzt. Ja. Und sollte man die Prozentanzeige immer über eine bestimmte Zahl halten, also ich sage mal so, am Anfang habe ich nicht so viel benutzt, bis ich gemerkt habe, du fährst weg. Dann habe ich auf den Geraden das durchgehend laufen lassen. Von, irgendwie, oh fuck. Von 70 irgendwie auf 0 runter. Auf 0 sogar runter? ich bin, habe versucht ranzukommen. Jetzt spare ich gerade. Ja, okay. Falls du nochmal rankommst. Aber, du hast immer versucht, über 30 zu halten. Du musst du nicht mehr, weil das ist ja schon die letzte Runde, sehe ich gerade. Ja, ja, genau. Nee, über 30 halten ist Quatsch. Also, also finde ich zumindest Quatsch. Ich benutze dann auch volle Pulle. Nach jeder, nach jeder Kurve füllt sich das ja wieder auf. Sehr gut. Boah. Gezählt an Race Winner, Jay. Gezählt an Second Place äh, Kontrahent Peter. Dankeschön. Lena fährt noch. Ich habe gerade so den miesesten Move gegen Hamilton gemacht. Das tut mir so leid. Ja, das kann man, das ist schon okay. Ich, das ist aber wilder bei euch. Du, das ist aber wilder bei euch. Ist das Gastlieb noch vor Hamilton gekommen? Ich wünsche es dir. Das war der mieseste Move. Was? Lando Norris ist Driver of the Day? Ja, weil er wahrscheinlich die meisten Plätze wieder gut gemacht hat. Das ist doch immer so. Also dann ist die, okay. Oh, da kommt er. Angelaufen. Ich sehe ganz anders aus. Hä? Ich habe mir einen anderen Account gemacht. Wir sehen voll gleich aus. Ja, das sind Zwillinge. Ja, aber ich dachte, der übernimmt die mal in Team-Person. Nee, nee, das ist eine andere Person. Oh Gott. Okay. Die musst du bei F1 Live anpassen. Wunderschön. Wenn ihr übrigens mal mein Team spielen solltet. Ja, Sascha Roos kommentiert jetzt immer die die Anfänge, wo die Strecke erklärt werden und so weiter. Das macht er richtig gut. Das ist richtig nice. Nice, ja. Okay. Ja, erste Runde haben wir gewonnen. Peter ist Zweiter, Lena ist Siebte, Christian hat technische Probleme und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Aber er war vor Joe. Ja. Tschüss. 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 Vielen Dank.